Bei den Charas-Mutationen als onkogene Mutationen, als Krebs-Mutationen, sprechen wir von nichts Geringerem als dem schlagenden Herzen von Krebs. Das ist jetzt natürlich ein bisschen theatralisch, aber wir werden auch einige solche martialischen Bezeichnungen finden, wenn wir die ganzen Krebs-Mutationen durchgehen. Wir gucken uns das aber noch mal ein bisschen genauer an und hier sehen wir, dass Charas in der Tat eine ganz zentrale Position einnimmt innerhalb der Zelle. Sie sehen hier oben unsere ganzen Rezeptor-Tyrosinkinasen, nicht erschrecken vor den vielen Abkürzungen, die werden wir alle noch im Rahmen dieser Serie Krebs-Mutationen durchgehen und Sie sehen hier unten natürlich die intrazellulären Transduktionsmoleküle. Und da hat Charas wirklich eine ganz bedeutende Rolle, es ist nämlich wirklich sehr zentral. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass die Signalübertragung von den Rezeptor-Tyrosinkinasen eigentlich exklusiv über Charas läuft. Das heißt, egal welches Signal von außerhalb der Zelle an die Zelle rankommt, sei es über FGF, über EGF, über andere Liganten, es wird alles über Charas geleitet. Das heißt, Charas ist eine Art Schalter, der erste Schalter in der Zelle unterhalb der Membran, die wir hier oben haben, und sorgt dafür, dass dann die intrazelluläre Signaltransduktion angeht. Und wenn wir jetzt eine Mutation in Charas haben, sind aktivierende Mutationen. Bei aktivierenden Mutationen heißt es ja in diesem Fall, dass Charas autark wird, ganz autonom seine eigenen Aufgaben erfüllt, ohne dass es abhängig ist von dem, was darüber ist. Wir sprechen in solchen Zusammenhängen auch von Liganden unabhängig. Und wie berichtet, wenn Charas dann aktiviert ist, sorgt es dafür, dass weitere intrazelluläre Signalübertragungen stattfinden, die einen Dauerstimulus auf den Zellkern ausüben, was letzten Endes nichts anderes als das biologische Korrelat für die Krebserkrankung ist. Die vier häufigsten Krebsarten, die von Charas-Mutationen betroffen sind, sind zum einen, ganz links, das Melanom. Jeder fünfte Patient mit Melanom hat auch eine Charas-Mutation. Rechts oben der Lungenkrebs, 30 Prozent, oder jeder vierte grob, jeder vierte bis jeder dritte Patient hat auch eine Charas-Mutation. Bei Dickdarmkrebs ist es nochmal eine Ecke häufiger, da ist es 40 Prozent. Und beim Pankreaskarzinom, beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, ist es quasi die Leitmutation, nämlich bei 90 Prozent der Patienten zu detektieren. Und wenn wir von Charas-Mutationen sprechen, dann ist es leider so, dass es nicht so einfach ist, dass ich sagen kann, Charas ja oder Charas nein, sondern wir müssen uns schon angucken, welche Charas-Mutationen wirklich vorliegen. Das hat nämlich eine große therapeutische Relevanz. Und dazu sehen Sie hier einmal die sogenannte Primärstruktur von Charas. Das sind die Aminosäuren, die das Protein Charas bilden. Das sind nur 188. Das ist ein sehr kleines Molekül. Und was ich Ihnen hier farblich ein bisschen hervorgehoben habe, G12, G13, Q61 und A146, das sind sogenannte Mutations-Hotspots. Das heißt, an diesen Stellen kommen in der Regel die Mutationen vor. Und von den Mutationen wissen Sie, eine Aminosäure wird durch drei Basen codiert. Also rein theoretisch haben Sie eben nicht nur die G12-Mutation, G12C oder G12D, sondern auch G12A, G12V und so weiter. Ich hatte versucht, im vorherigen Slide die Farbgebung der einzelnen Krebsarten natürlich dieser Publikation anzupassen, weil in dieser Publikation hat man mal besonders gut nachgeguckt, wie denn welche Krebsart von welchen Charas-Mutationen betroffen ist. Und da kommt das raus. Das Hauptaugenmerk hier ist auf die verschiedenen Charas-Subtypen in den verschiedenen Krebsarten. Und Sie sehen zum Beispiel als erstes, dass die Charas-G12C-Mutation besonders häufig bei Lungenkrebs vorkommt. Daneben direkt die G12D, das ist sozusagen die Leit-Charas-Mutation für Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs und Kolorektalkarzinom, Darmkrebs. Sie sehen da aber auch schon, die G12V ist in ähnlichen Anteilen vertreten bei diesen Krebsarten. Und jetzt müssen Sie einmal einen Schwenk nach rechts machen zu der Q61-Mutation. Das ist die häufigste Charas-Mutation beim Melanom. Und wie gesagt, die G12V, die ubiquitär überall in allen Krebsarten vorkommt. Die Frage, woher das kommt, die wird relativ schwierig oder relativ selten hundertprozentig zu beantworten sein. Bei Lungenkrebs ist es glaube ich klar, dass die meisten Lungenkrebsarten und auch die meisten Lungenkrebs-Mutationen mit dem Rauchen assoziiert sind, aber eben bei weitem nicht alle. Gerade bei den Treiber-Mutationen nicht so viele. Wir kommen wieder zu dieser Abbildung. Und wie gesagt, beim Lungenkrebs kann man schon das meiste auf das Rauchen schieben. Es ist so, dass jetzt für die Aussagen in diesem Slide eine Arbeit zugrunde liegt, die für die jeweiligen Mutationen geguckt hat, ob ein gewisses Mutationsmuster zu erkennen ist, eine gewisse Mutationssignatur. Das heißt, man hat bei Lungenkrebs zum Beispiel Charas G12C genommen und geguckt, was noch alles so mutiert ist und ob man diese zusätzlichen Mutationen einer spezifischen Gensignatur zuordnen kann. Und das war in der Tat bei Charas G12C, G12V, G12A, eine tabakassoziierte Signatur. Beim Melanom ist es ein bisschen schwieriger und ich habe da auch ein Sternchen hinter das UV-Licht gemacht. Es ist nämlich so, dass wir bei den Q61H und auch nur bei dieser Charas-Mutation sehen, dass eine Signatur vorhanden ist, die auf ein spezifisches Reparaturprotein hinweist. Und dieses spezifische Reparaturprotein, ein bisschen um die Ecke gedacht, das fällt zum Beispiel auch aus bei UV-bedingten DNA-Schädigungen. Die Charas Q61H beim Melanom entsteht nicht direkt durch UV-Licht, aber hat eine Signatur zugrunde liegen, die prädestiniert für DNA-Schäden durch UV-Licht. Und die Sternchen haben wir auch beim Alter und Dickdarm- und Pankreaskrebs. Auch hier ist es wieder ein bisschen um die Ecke gedacht. Sowohl Pankreaskarzinom als auch Dickdarmkarzinom, die häufigen Mutationen, G12D, G12V, weisen auf eine Signatur hin, die dem sogenannten Clock-Gene vereinbar sind. Das sind Sachen, die sind mit höherem Alter assoziiert. Seit mittlerweile fast 20 Jahren kennen wir zielgerichtete Therapie und versuchen aktivieren, mutierte Proteine zu inhibieren. Aber bei Charas ging das halt bisher nicht. Und der Grund dafür, den fassen wir nochmal kurz zusammen, ist einfach, dass Charas wirklich wenig Möglichkeiten der Bindung bildet. Wir hatten gerade gesagt, es ist nur 188 Aminosäuren groß, also wirklich ein extrem kleines Molekül. Und für die Wirksamkeit von zum Beispiel zielgerichteter Therapie brauchen sie halt gewisse Ansatzpunkte, gewisse Pockets, wo sie ein Molekül halt auch reinpacken können. Und diese Pockets hat Charas einfach nicht. Weder mutiert noch unmutiert. Es ist echt, wie hier dargestellt, relativ kleines Molekül mit ganz wenig Angriffspunkten. Jetzt kann man aber sagen, es hat eine große Bindungsstelle in der Mitte, der Fahrersitz. Der ist aber von seinem Substrat, von dem GTP, kommen wir gleich auch noch zu, was das genau heißt, so besetzt, dass sie da fast unmöglich ein Molekül kompetitiv, also in Konkurrenz treten, zu dem GTP einbauen können. G-12-C bedeutet, dass ein G, ein Glycine, ersetzt worden ist durch ein C, durch ein Cystein. Und das Cystein, das sieht so aus. Sie haben eine Aminogruppe und eine Säuregruppe, ist also eine Aminosäure. Aminosäure und die sind alle gleich aufgebaut, nur dass die sich unterscheiden durch einen anhängenden Rest. Und der Rest beim Zytosin ist so eine Schwefelgruppe. Dann weiß man halt, dass, wenn man zwei verschiedene Schwefel aneinander bringt, die eine Bindung eingehen können. Eine Schwefelbindung oder eine Disulfitbrücke oder eine Cysteinbindung. Mit anderen Worten, wenn wir es schaffen würden, eine Arzneisubstanz so zu bilden, dass da ein Schwefel dranhängen könnte. Dann könnte man sich ja vorstellen, dass dieser Schwefel mit diesem Schwefel sowas hier bildet. Und das wäre dann eine feste Bindung, die halt dadurch gewährleistet sein muss, dass das Molekül auch noch irgendwie rankommt. Und das Gute, was wir jetzt haben, ist, dass das für G-12-C wirklich möglich ist. Man hatte 2013 rum ein bisschen genauerer Einblick über CARAS bekommen und dann gesehen, dass die verschiedenen CARAS-Mutationsformen durchaus die Möglichkeit haben oder bilden, da ein Molekül reinzubekommen. Allerdings auch nicht alle Mutationsformen, sondern in dieser Form die inaktive Form. Und das gucken wir uns jetzt auch noch mal genau an. CARAS liegt nämlich normalerweise in einer inaktiven Form vor. Die ist an ein Substrat namens G-DP gebunden und es kann in einer aktiven Form vorliegen, am G-TP gebunden. Sie erinnern sich an den Fahrer in einem kleinen Auto. Und um von dem G-DP gebundenen CARAS zum G-TP gebundenen CARAS zu kommen, muss sich das inaktive CARAS von dem G-DP lösen und G-TP binden. Das passiert aber nicht spontan oder nicht von allein, sondern dazu sind Helferchen notwendig. Die nennen wir GEFs und GAPs. Und wenn Sie jetzt denken, das wird jetzt alles noch komplizierter, auch das hat wieder therapeutische Relevanz. Bei den GEFs handelt es sich um Moleküle, die dafür sorgen, dass CARAS sozusagen aktiviert wird. Und das ist natürlich reizvoll, weil man die ja theoretisch auch inhibieren kann. Haben Sie vielleicht von gehört, kannte es zu GEFreg den Namen SOS1 und es gibt in der Tat SOS1-Inhibitoren, die man einsetzt. An den GAPs kann man gar nicht so viel machen, aber Sie sehen, dass darunter auch RAS in Klammern ist. Die einzige Funktion, die CARAS eigentlich hat, ist sich selbst wieder zu inaktivieren. Jetzt aber so ein bisschen der Clou, wie ich gerade sagte, es gibt für G-12C spezifische Inhibitoren. Ich habe Ihnen jetzt mal das SOTORASIP und ALAGRASIP genannt. Das SOTORASIP ist in Deutschland zugelassen. Das sind Inhibitoren, die voraussetzen als Bindung, dass es eine G-12C-Mutation gibt. Die machen nämlich genau diese Bindung, die wir im vorherigen Slide uns angeguckt haben. Das heißt im Umkehrschluss auch, das ist nicht wirksam für G-12V, G-12D, G-12A, Q-61, A-146-Mutationen. Das ist wichtig. Es ist wirklich ausnahmslos auf G-12C bezogen. Außerdem kann ich Ihnen nicht verheimlichen, dass G-12C wiederum bei den verschiedenen Krebsarten durchaus unterschiedlich sein kann. Mit den besagten Substanzen haben wir gute Ansprechraten und gute klinische Daten bei der Behandlung von Lungenkrebs, aber gar nicht mal so gute bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und Darmkrebs. Wenn wir uns das jetzt nochmal für CARAS G-12C angucken, muss man sagen, wir haben also definitiv bei den Therapieformen die zielgerichtete Therapie seit Neuestem auch zur Verfügung. Wir haben G-12C-Inhibitoren. Nun hat sich bei denen allerdings gezeigt, dass je nachdem welche Co-Mutationen da sind, das Ansprechen nochmal unterschiedlich sein kann. Bei sogenannten STK-11-Mutationen und bei sogenannten Key-1-Mutationen verhält sich das Ansprechen leicht anders. Für G-12C im Lungenkrebs wurde außerdem gezeigt, dass die Immuntherapie eine relativ gute Option darstellt. Das ist gerade für CARAS G-12C, nicht für die anderen CARAS-Formen, auch PDL-1 abhängig, in dem Sinne, dass sie mit einer hohen PDL-1-Expression durchaus einen Benefit von der Immuntherapie haben. Oder andersrum, dass die zielgerichtete Therapie dann am besten funktioniert, wenn nicht so viel PDL-1 exprimiert wird. Und last but not least haben wir natürlich auch die Chemotherapie. Viele Kollegen kombinieren die Chemotherapie besonders gerne mit der Immuntherapie. Da muss man aber sagen, haben wir bisher keine Anhaltspunkte, wenn das jetzt unbedingt notwendig sein könnte. Wie sieht es jetzt aber mit den anderen CARAS-Formen aus? Und zum Beispiel CARAS G-12D. Da kann ich Ihnen top aktuell, das ist jetzt keine Woche alt, diese Publikation, eine relativ vielversprechende oder hoffnungsvolle Arbeit zeigen. In diesem Fall hat man eine Patientin mit Bauchspeicheldrüsenkrebs und CARAS G-12D-Mutationen so behandelt, dass man ihr T-Zellen entnommen hat, den T-Zell-Rezeptor dahingehend verändert hat, dass er G-12D attackieren kann. Und was Sie hier sehen, ist, dass man die Zellen dann zurückgegeben hat. Und Sie sehen diese klassischen Bilder im Verlauf. Sie sehen mit den gelben Pfeilen dargestellt eine Lungenläsion und die ist im weiteren Verlauf nicht mehr abgrenzbar beziehungsweise weg. Das ist 85 Tage, also knapp drei Monate nach Therapiebeginn nachgeguckt, nichts mehr da. Und das ist ein halbes Jahr nach Therapiebeginn nochmal nachgeguckt worden, ebenfalls nichts da. Also hier kann ich vielleicht nochmal die Lanze brechen für andere Videos auf diesem Kanal. Zum einen die Immuntherapie auf DNA-Basis, wo wir die CAR-T-Zellen besprechen und halt genau solche Ansätze, das Modifizieren von T-Zellen, um den Tumor anzugreifen, besprechen. Aber auch ganz wichtig natürlich das Evidence-Level, was wir hier haben. Es ist halt erstmal nicht mehr als ein sogenannter Case-Report. Und so kommunizieren die Kollegen das auch, die nennen das auch Case-Report, sagen in diesem Case-Report haben wir gezeigt, dass eine Therapie gegen G12D, in dem Fall im Bauchspeicheldrüsenkrebs, im metastasierten, mit veränderten T-Zell-Rezeptoren möglich ist. Die Forschung macht wirklich so unfassbar viel, was CARAS angeht. Ich habe Ihnen eine kleine Abbildung mal gemacht. Sie sehen oben 4 2022. Ende April hatte ich für einen Artikel, den ich geschrieben hatte, einfach nochmal nachgeguckt, welche Studien aktuell so laufen. Es sind 57 Studien zu G12C. Nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 57. Das hat natürlich damit zu tun, dass es relativ viele Inhibitoren gibt, aber auch, dass man natürlich die Sache, die ich gerade erwähnte, vielleicht ein besseres Ansprechen beim Darmkrebs, vielleicht eine bessere Therapieoption beim Bauchspeicheldrüsenkrebs hier natürlich erörtert hat. Also da sind ganz viele mögliche Kombinationen abgedeckt. Sie sehen auch noch, dass da G12D-Studien und G12D-Inhibitoren steht. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. G12D-Studien gibt es, die sich durchaus so ein bisschen an G12D-Vorbei probieren. Also dass man keinen spezifischen Inhibitor hat, sondern so ein bisschen versucht, die Metagenetik auszunutzen. Also das, was G12D sonst so auszeichnet. Zu hemmen oder zu therapieren. Und es gibt allerdings auch auf Basis der G12C-Inhibitoren G12D-Inhibitoren. Also die sind noch ganz früh in der klinischen Entwicklung. Die sind noch in Phase 1. Also da wird noch die Dosis gesucht. Da werden auch mögliche Kombinationen angegeben. Da muss die Sicherheit erstmal etabliert werden. Dann sehen Sie auch noch CARAS-ON-Inhibitoren. CARAS-ON heißt aktiviertes CARAS, also GTP-gebundenes CARAS. Super spannend. Ebenfalls in Phase 1. Über die T-Cells, über die T-Zellen hatte ich Ihnen gerade den Case-Report gezeigt. Und da wird natürlich auch viel, viel mehr noch entwickelt. Womöglich auch die Kombination, diese modifizierten T-Zellen inklusive mRNA-Vakzine gegen andere Neo-Antigene einzusetzen.